hallo röder des steins und willkommen wieder zu einer folge zu meiner burg und heute geht es daran endlich diesen blick hier ein bisschen zu vervollständigen indem wir hier die mauer draufsetzen beziehungsweise teile alle wer das alles werden wir noch nicht schaffen aber zumindest hat mal die mauer an sich sollte stehen und werden da natürlich auch über darüber sprechen wie es weitergeht welche probleme da dann noch auftauchen werden und zuerst werfen wir aber noch mal einen blick auf den plan und auf die realen fotos hier haben wir nämlich noch mal den plan damit es sehen auch was uns jetzt erwartet wir werden hier jetzt einfach ein ganz stupides gerades stück mauer bauen wir sehen hier und dann auch eine kleine abweichung zu dem ich bauen werde im vergleich zur realität und zu dem plan und das liegt hier hier ist ja so ein ganz kleiner knick drin diesen knick werde ich nicht machen da habe ich dachte das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig sondern ich mache dieses stück mauer hier als eine gerade mauer sieht vielleicht real ein bisschen komisch aus wenn alles gerade ist aber nur um so eine kleine minimale schräge da rein zu bekommen habe ich mir gedacht das wird wahrscheinlich alles viel zu kompliziert machen deswegen mache ich das gerade weil ich auch schon hier wieder nebendran eben mit dieser schräg zu laufenden mauer ja auch schon wahrscheinlich wieder zu kämpfen haben werde und hier unten das ist natürlich dann alles wieder einfacher zu machen dass hier sind große mauerstücke die nicht alle anwinkeln kann aber eben hier habe ich mir doch ein bisschen einfacher genauso wie es zum beispiel auch hier machen werde das zwar dann vielleicht bei der nachbarburg aber auch dieses stück ist ja nicht ganz gerade aber auch das werde ich halt einfach entsprechend anpassen also heute jedenfalls mal diese mauer gucken wir mal wie weit wir da kommen weil natürlich ohne das gebäude hier vorne dran ist es natürlich ein bisschen schwierig alles zu planen und auch noch durch so ein paar andere sachen deswegen müssen wir einfach mal schauen was davon jetzt geht was wir hinkriegen und ich schaue jetzt einfach mal oder wir schauen es einfach noch mal nämlich auf die bilder wie es heute real aussieht hier sieht man nämlich dass es dann die mauer beziehungsweise auch hier das ist dann die mauer von diesem stallgebäude ich weiß es nur nicht ob das hier die endmauern sind oder ob das die zwischenmauern sind weil wir haben ja wenn wir noch auf plan schauen das gebäude ist ja mittendrin geteilt das heißt hier ebenfalls dann der stall hier ist dann quasi so ein kleiner bereich nur und hier ist ja dann schon hier sieht man nur diese holz ähm man sieht es gerade gar nicht sollte das natürlich das foto auch entsprechend hier anzeigen ne so jetzt seht ihr auch was und zwar ist hier in dieser kleinen zwischenbereich der frei ist und hier ist dann so eine holzlatte da ist dann ja eigentlich diese andere mauer vom vorwerk also wenn wir hier hingehen spreche gerade über diesen kleinen bereich hier kommt dann die mauer und weiß noch gar nicht wie ich den nutzen möchte weil ich das genau machen möchte jedenfalls hier an diese mauer wird erscheint wahrscheinlich auf dieser seite hier auch noch dann eine treppe hochführen irgendwann mal ist zumindest mal meine überlegung aber ich würde sagen gehen wir es doch nun mal nachdem ich ja so lange ja schon so rum geredet habe zu der digitalen planung über das heißt ich hatte ja hier schon mal auch diese markierung gemacht hier dann die treppe hin hier kommt dann die mauer hin wo hier quasi ein freier bereich einfach ist da werde ich da auch mit dem vorwerk werde ich ja da eigentlich vorwerken wehrgang werde ich jetzt da hier dann anders haben das heißt ich werde da dann nicht mehr diesen vollen hin machen sondern eben den offenen mit den bögen aber eins nach dem anderen ich würde sagen ich baue uns einfach erst mal nur dieses stück und zeige euch das dann und dann setzen wir es am schluss drauf das sieht doch sehr unspektakulär aus oder eigentlich fast schon langweilig also das ist eben dieser wo ich gerade seit ganzheit von gesprochen habe dieser sichtbare bereich noch das heißt hier habe ich mal auch werke baut hier habe ich keins mehr gemacht weil das hier grenzt der die andere mauern an also hier kommt dann das tor und hier kommt die mauer vom die schräge mal auf dem vorwerk und hier genau in der mitte ist das fenster dann geteilt und hier oben natürlich dann einiges an schießschaden hingemacht hier habe ich mir die mauer in war auch gespart aus teile gründen weil dann der stall davor kommt und den stall möchte ich natürlich als ein gebäude haben das heißt die mauer vom stall werde ich hier einfach dann davor dran setzen beziehungsweise in das stahlgebäude integrieren weil die natürlich ja dann halt auch nicht eine platte dicke sondern ich mache die da halt auch zwei dick zwei genau zwei mache ich die nämlich dick weil ich die ja dann nicht nur hier auch drunter sein muss sondern hier oben muss ja auch noch mal eine mauer sein quasi für innen drin vom gebäude deswegen werde ich hier wahrscheinlich eine zweiprägtige mauer hochziehen beim stall gebäude wenn wir denn da hinkommen ich habe auch hier jetzt überall noch mit dem boden fließen so ein bisschen rum gespielt hoffe dass das dann passen wird musste halt mit welchen so was arbeiten um dann halt überall die schrägen dann hin zu bekommen weil hier unten dran kommt ja dann eine schräge mauer aber ansonsten hat natürlich auch gleich mal noch den boden hier reingelegt sachen die ich normalerweise immer vergesse und bei auch manchmal immer wieder gefragt haben mit stabilität und sonst was ich habe auch hier extra mal noch zweimal sechser plates reingemacht zum einen natürlich um die säulen hier zu stabilisieren und zum anderen halt auch mit die mauern sich nicht zu sehr verschieben aber im normalfall ist das alles kein problem so sieht das dann jetzt auch von vorne aus also eigentlich wie gehabt nur ein großer großer brocken an steinen sage ich jetzt mal wirklich viel zu sagen gibt es eigentlich nicht weil sie alles wie gehabt ist würde jetzt dann nur noch mal eben hier vorne da können wir jetzt halt noch was machen hier können wir nämlich jetzt noch mal den wehrgang draufsetzen und das dach aber auch nur hier vorne hier drüben lasse ich das alles noch mal weg und das hat folgenden grund wenn wir uns noch mal auf die rekonstruktions zeichnung eingehen so ich habe es hier noch mal die rekonstruktions zeichnung und da ist ja auch dieses dach hat irgendwie schwer zu erkennen wie das da eigentlich genau aussehen könnte aber ich habe mir gedacht eigentlich wäre es am realistischen wenn dieses dach von dem stall auch über die mauer geht so wie es auch hier gemacht ist dass quasi dieses dach hier so komplett drüber geht und man dann halt hier hinten quasi so noch einen gang hat zwischen gebäude und am außenmauer dass sich dieser wehrgang sich halt hier einfach so fortsetzt nur halt eben von dem dach des stalles auch mit überdacht wird fand ich irgendwie am sinnvollsten aber aber ich würde mir ja gerne dazu eure meinung schreiben aber jedenfalls kommt das natürlich dann auch erst wenn wir den stall bauen wenn dann quasi das dach vom stall kommt die innenmauern vom stall kommen alles was ja eben hier noch fehlt das würde ich dann halt eben mit dem modul machen das heißt hier kommt jetzt heute nur das vordere teil noch drauf kann jetzt schon mal hier das dach und den wehrgang dann hätten wir das nämlich auch und ich habe nach euren anregungen auch das noch mal leicht überarbeitet ich habe zum beispiel hier vorher war das komplett durchgängig mit diesen teleskopen das heißt da waren vier stück statt zwei das habe ich jetzt geändert indem ich hier diese jamba bereits noch drunter gesetzt hat das ist ein bisschen luftiger aussieht gefällt mir eigentlich sehr gut es war ja auch mal noch die überlegung dass man ja oder kamen die vorschläge dass ich hier diesen balken nur ein prick machen soll ist dann halt wieder ein bisschen schwierig weil man dann haben wir den bögen natürlich wieder probleme hat weil natürlich die zwei brauchen als auflageflächen kann man natürlich auch alles umgehen aber das erschien mir doch alles wird ein bisschen einfach too much weil so ist es halt einfach ein in sich stabiles element dass ich da drauf setzen kann und ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm dass man es halt hier zwei pricks hat gerade weil ich eben auch diese log pieces genommen habe und es macht mir in vielen bereichen einfach einfacher auch weil wenn man nämlich drunter schaut ich habe ja dann hier auch immer bei diesen zwei pricks habe ich dann eben diesen balken rüber gezogen und das natürlich dann auch immer zwei blades und die natürlich dann auch wieder die einzelnen blades für das dach quasi miteinander verbinden das heißt ich habe da ja quasi immer von einer seite kommt eine noch von der anderen seite kommt einen noch das heißt ich habe immer stabile auflageflächen und somit ist das gesamtteil für sich stabil aber wie immer gilt natürlich sagt mir eure weinung dazu was wir jetzt hier dann auch noch sehen ich habe jetzt hier quasi so einen offenen bereich gelassen also es ist hier offen gelassen kein gitter hingemacht oder geländer hingemacht geht auch geländer ganz einfach weil hier dann die treppe hochkommen wird und ich habe mir gedacht ich mache eine öffnung bei der treppe dass man zum einen hier reingehen kann und auch hier reingehen kann dass als beide bereiche offen sind und die treppe halt hier quasi irgendwie endet so ungefähr ist die jetzige planung ob es klappen wird wird sich zeigen und halt auch hier noch das dach das jetzt hier einfach ja gerade fortgeführt wird ich habe heute glaube ich echt viel aber ich würde sagen bevor ich zu viel laber setze ich das jetzt auch einfach alles noch mal zusammen und was vielleicht auch noch mal interessant ist dieses teil hier nicht dass ich lüge nicht dass ich lüge 4216 teile also in diesem kleinen teil wobei so klein ist es ja auch gar nicht jetzt gucken wir uns doch noch mal an physische informationen zentimeter das ding ist halt gerade mal 58 zentimeter lang also das ist schon ordentliches stück und was wiegt denn anderthalb kilo okay geht ja noch genau aber ich würde sagen für die 4200 teile das setze ich jetzt noch auf die burg oben drauf und dann schauen wir uns noch mal im gesamten an beginnen wir jetzt mal mit der außenperspektive und ihr seht ihr seht jetzt hier groß keinen unterschied wenn ich jetzt aber hier sehe dann seht ihr die linien vom modul hier ist genau dieses halbe fenster was geteilt wurde das dach das schließt alles nahtlos quasi aneinander an hoffentlich auch dann in real dass wir das ein nahtlosen übergang haben und auch dass ich jetzt das hier seht ihr dann auch wie sich das hier dann einfügt da sehe ich aber auch gerade da stört zumindest digital passt da was nicht da stoßen irgendwelche sachen aneinander da muss ich dann noch mal schauen was da genau das problem ist beziehungsweise das gucke ich dann real aber an für sich geht dieses dach hier quasi halt ineinander über wird hoffentlich einigermaßen gut aussehen dann real hier eben auch schon noch die angesprochene öffnung dass hier dann zu beiden seiten von der treppe reingegangen werden kann und eben auch mit dem wehrgang dass das hier jetzt auch diesen unterschied hat also auch wenn man es hier sieht diesen platz das alles ich finde das wirkt eigentlich schon mal recht gut das passt eigentlich nächste woche machen wir dann auch bauen wir das auch real und danach muss ich mal noch überlegen ob ich dann quasi hier drin weiter arbeiten möchte oder ob ich nicht sage ich mache erstmal hier unten weiter dem ich die nächsten module fertig bekommen weil ich glaube es hätte auch irgendwie den reiz jetzt möglichst schnell erstmal diese ganzen unterkonstruktions module hin zu bekommen bevor wir dann halt auch oben weitermachen oder halt jetzt wie auch bisher gemacht rein versetzen gucken wie es sich mit mauern ergibt und das dann halt nachdrecklich ergänzen aber das werden wir dann sehen und damit soll es das für heute auch gewesen sein daher gehabt euch wohl hitler ritter des steins bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal